Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Runde von Fall Guys. Heute müssen wir nicht alleine verlieren, denn wir haben Unterstützung, denn der gute Schnackenburger ist wieder da, ne? Wir verlieren, wenn denn gemeinsam, ne? Ja, richtig, genau. Wir spielen heute ein bisschen eine Runde Duoshow und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und schauen direkt rein, ne? Ja, Fall Guys ist ja unser altbekanntes, geliebtes Spiel. Was für Erwartungen hast du denn heute? Du hast halt keine Arme bei dir. Doch, ich hab Among Us Arme. Achso. Ja. Das ist ganz schön hässlich eigentlich, ne? Ja, aber der Käse oben sieht so lecker aus. Dies gleich weg, du, die fress dich vom Kopf. Ja, der Schweizer Käse. Also, wie viel Runden sollten wir mindestens schaffen heute? Gewinnen oder überhaupt reinzukommen? Ja, reinzukommen. Fünf und davon gewinnen, tun wir drei. Locker. Ach, nö! Meine Schicksal hat sich gerade geändert. Das geht ja gut los. Naja, der Fundererlauf ist so, ja, so eine okay Map, ne? Du gehst nicht durch die Mitte. Bei den Fäusten da. Natürlich. Nein. Warum nicht? Nein. Das ist doch schon schnell. Nein. Tja, nein. Wie funktioniert das Spiel nochmal? Achso. Laufen. Ja, das ist, das kann ich eigentlich sogar. Ja? Du, aber was blockierst du mich hier, du Affe? Ich blockier die überhaupt nicht. Du noch nicht. So, ja. Aua, steh mal. Aua, aua. Udi. So. Ja, bis jetzt sind wir ganz gut dabei. Nee, nee. Jetzt irgendwie dieses... Ja, Udu ist nicht ganz gut dabei, das ist richtig. Aua, steh auf. Aua, 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 aua. So, mal gucken, ob dieses Glück heute bei uns ist. Also, ich bin jetzt sicher durch die Fäuste durch, ne? Ey, ja, ich ran außen rum, wie immer, ne? Du gehst nicht durch die Mitte. Das ist doch schon schnell. Nein. Also, ich bin jetzt sicher durch die Fäuste durch, ne? Zack. Mach, blockier mich doch nicht hier, du fettes Wasenschwein. Ach, nee, das gibt's doch jetzt schon wieder nicht hier. Tja, Junge, ich... Das ist ja wieder verarschend. Ja, mach nicht mehr drin, ne? So blöd kann keiner sein. Ja, ich wär vor dir reingekommen, wär nicht irgendwie diese Platte verbuggt gewesen. Ah, jetzt. Alles gut, alles gut. Ach, du bist ja auch noch nicht drin. Ich bin da... Ich bin noch in den Ziel gesprungen. Was will die Scheißspiel von mir? Ich war da drin, ey. Wann ist das? Das ist so ein Müllspiel. Ja, du musst... Du musst auch ordentlich auf die Platte. Ah, ja, jetzt... Jetzt bist du schon fast über das Ziel geflogen. Ich stand eben hinterm Ziel. Weil das ist ja ein Scheißspiel, ist das. Ich spiel's nicht wieder mit dir. Diese neuen Langhälzer-Skins, die sind wirklich... Sehr komisch. Die schocken nicht, ne? Also, mal zur Info, wir nehmen das Video grad am... Party-Meile. Amsag, den 13. August auf. Das wird wahrscheinlich veröffentlicht am 24. Dezember 2028. Ja, du, die Textstelle wird so rausgeschnitten. Das bleibt drinnen. Und es ist warm in Deutschland. Ja, das ist ja Nebensache. Das ist Nebensache. Ja, damit... Nur die... Damit die halt wissen, dass wenn wir verkacken, dass es auch ein bisschen an der Wärme lag. Ja. Also, zumindestens bei mir, weil du bist ja sowieso schlechter. Reiner als gelbe. Nein, komm, bitte rein. Ja, ich bin gelb drin. Ja, ich auch. Geil. Die Party-Meile. Oh, wir sind ja recht weit vorne, du und ich, ne? Achso, bis neben mir. Ich wollte gerade sagen, wo bist du eigentlich? Aua. Mutti. Mutti. So, bis jetzt gut. Wir sind recht weit vorne. Jetzt müssen wir uns hier festhalten. Hallo. Lass mich da hoch. Zack. Hallo. Scheißspiel. Bis jetzt gut. Oh, ich könnte sogar Erster werden. Komm, renn. Ich könnte das nicht werden. Ja, Erster. Geil. Das war jetzt schön. Das war echt so eine gute Runde, du. Mann, hatte ich einen Flow. Das gibt's gar nicht. Bin auch drinne. Oh, wir sind dritter. Guck mal. Geil, wir sind. Ja, richtig, weil ich so weit vorne... Am Ende Hex-Rolle kommt, ne? Den gewinnen wir hundertprozentig, weil das kann ich sehr gut. Ja? Ja. Da bin ich aber gespannt. Da hab ich bis immer gewonnen. Ich hab echt schon echt viel, viele Wins, ne? Ja, achso. Ich hab... Würde schon acht Stück oder was. Ja, so fünf bis acht hab ich auch. Hm, stimmt wirklich. Lock-Party. Wenn du da jetzt rausfällst, dann schlage ich dich aber wirklich. Das ist eigentlich so einfach der Modus. Ja, das stimmt. Das reicht, ja. Ja, hab ich recht, ne? So, dann wollen wir mal schauen, wie das so vonstatten geht, ne? Ja, müde. Ja, du, ich auch. Ja, von deinem... Ich werde immer nur müde von deinem Gelaber. Ja, nee, ist klar. Ja, ist klar, ne? Ja. Einfach mal ruhig. Woher hast du eigentlich diese schöne Farb? Komm, jetzt so mit diesem schönen Leuchteblau. Ja, das kommt von meinem ganzen Wins. Ja, nee, ist klar. Echt so? Ja, ja. Ich bin aber schon Level 300 Millionen irgendwie gefühlt. Mhm. Ja. Glaube ich dir sofort. Ich nicht. Aber ich schätze es ganz entspannt. Wie gesagt, wenn du rausfliegst, dann... Ey, wenn, falle ich raus, ne? Ja, gut. Ich springe ja nicht. Ja, gut, wenn man sich so zwischen die... Blöcke packt, kann man da sicher wieder ganz hoch fliegen, da. Ding, ding, ding. Ey, bis jetzt ist ja noch alles entspannt hier, ne? Keine große Schwierigkeit. Es gibt jetzt Sonic Skins, was ist das denn? Ja, das ist gerade ein Spielmodus. Ja, ich weiß, aber... Das sieht ja mal komplett cool. Also, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie ein bisschen... Übrigens draußen, ne? Ja, schön. Ja, schon wieder. Hilfe. Boah, ich falle. Bist du noch drin, ja, ne? Ja, ja. Ist auch besser für dich. Du auch noch? Ja, eigentlich bin ich auch noch drin. Sehr gut. Wenn du jetzt in den letzten 9 Sekunden rausfliegst, ne, dann schlage ich dich. Hepp. 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 Jawoll, wir haben es geschafft. Wunderbar. Träumpchen. Ich wollte gerade noch... Ja, ich hab's schon gesehen. Hab's schon gesehen. Aber es wohnt leider nichts. Boah, wir können sogar das mit den 5 Runden vielleicht sogar noch schaffen, weil jetzt sind wir schon... 3 Runden haben wir schon hinter uns. Jetzt kommt Runde 4. Ja, jetzt sag ich ja. Mal gucken. Aber wenn jetzt Volleyball kommt, das wäre richtige Verarsche. Bei Volleyball... Oh, ne, den Modus mag ich irgendwie... Ne, ich mag ihn auch nicht. Aber das kommt nicht bei Duos, glaube ich, oder? Oh. Letzte Runde. Oh, jetzt schon Finale? So viel letzte Runde, ach du Scheiße. Das kann doch nichts werden. Ich kann den überhaupt nicht üblichst nicht, ne. Also ich kann... Oh, ne, weggehext finde ich auch schwierig. Also, das mit einem Gewinn, das wird übrigens auch freundlich. Ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Das sind doch... Guck mal, wir spielen hier mit 16 Leuten weggext. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Das sind viel zu viele... Oh, ne, Scheiße. Also ich bin schon mein Blauen. Scheiße, jetzt bin ich schon bei Geld. Ja, es wird spannend. Ich sag's, wie es ist, also... Mal gucken. Oh, ich bin ja auf der zweitletzten... Ach du Scheiße. Ich bin jetzt ein Fehlerbau, dann. Nein, das ist nicht gut, was wir da hier wieder machen. Noch schlechter. Hallo. Oh, nein. Scheiße, ich bin raus. Bist du auch rausgeflogen? Ah, das ist ja wieder belastend hier, oder? Aber ich möchte mal gucken, wer noch drin ist. Ah, jetzt gehen sie langsam. Ja, gut. Na ja, wir waren aber nicht so schlecht dabei beim Finale, oder? Hallo? Ah, ist der Typ ja nicht da. Na ja, wir sind doch einigermaßen weit gekommen hier bei Duoshow. Oh, nicht Punkte haben wir hier auch wieder abgeholt, sehr gut. Ja, das kann sie doch sehen lassen. Ja, fahr schon nächster Rang hier. Na gut, liebe Freunde, was ist mit der kleinen und schönen Runde von Fall Guys? Wenn ihr mehr sehen wollt, auch gerne im Duo, Trupp oder mehr. Es ist auch gerne eine schöne Bewertung da. Bist du auch wieder da? Wir haben verloren. Richtig. Weil du mir den Weg abgeschnitten hast. Ja, ich bin ja schon. Na gut, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.